Sind Frauen die besseren Menschen? Ob Frauen die besseren Menschen sind? Ich will ja den männlichen Mitbewohnern dieser Erde nicht auf den Fuß treten, aber ja. Ganz klar ja. Wir versuchen wenigstens die Männer zu verstehen. Die Männer versuchen nicht uns zu verstehen. Und das ist der Punkt, wenn die Männer versuchen würden, auch mal uns zu verstehen, dann wären wir eine viel bessere Einheit auf der ganzen Welt. Aber ich denke, da wir die Courage haben, um sie zu versuchen zu verstehen, sind wir die besseren Menschen.